Auf die richtig langen Dauer oder auf so kleine Bäume? Auch so Dauer wie bei der Base von Baden-Bahn, so fette kleine Spiele? Ja ne, das sind andere Spieler, die uns ja weggeholt hatten. Ja schon, aber welche Dauer? So richtig hohe Dauer, gerade oder so kleine dicke? Keine Ahnung. Die normalen Tower, die auf dem Airfield sind. Ja, diese Flugzeug-Tower. Die sind unser Störfer. Möde, ich sehe den Heli ganz vorne, aber der ist... Ja, der ist vorne. Ne, lass mal. Aber wir brauchen so was. Der ist wirklich halt auch. Ich hätte nicht, ich hätte den Zugang kriegen. Wir brauchen sie mal nicht. Na, fliegt die Heli direkt mit euch vorbei. Ja, eben. Einmal stehe ich los. Nö. Egal, wir wollen uns rächen. Egal. Vor uns! Atzer vor uns! Feuer! Ja! Bäm! Nice, Alter! Die ganze Tankstelle hat's mitgefickt, man! Na klar! Ach, das war schon unsere Rache! Echt war er das? Ja. Man sieht's am Panzer. Das war unser Panzer. Also... Ja. Ja. Der steigt dann auf! Der explizit doch überall noch was! Nee! Heli! Ich seh von hier nix. Warst du ein bisschen vor? Ja, der ist von hier weg. Ich bin gar nicht drin im Fahrzeug. Ich hab mein Paketenwärts raus. 13.000! Heli wendet! Die wendet nichts! Achtung! Ich hab geschossen! Nice! Er kommt runter! Und getroffen! Okay, dann... Wollen wir hin? Oh, nur... Moment, ich versuch' den auch nochmal zu... Wir werden beschossen! Von wo? Keine Ahnung, die Kugel ist vorn! Wo? Äh... Weitere Rakete auf mich? Ja! Jetzt geht's los, ja! Redig! Redig! Okay, Leih, müsste er jetzt gleich vor dir sein! Oh, ich hab' keine Munition mehr! Fucking! Ah, die sind doch FF-Kunst! Nee! Komplett leer geschossen! Der Panzer ist verbrückt! Das ist der Heli! Achtung, der Heli ist da! Ja! Ich bin tot! Nein! Ich bin tot! Komm! Einer muss mich retten! Einer muss mich retten! Einer muss mich retten! Okay, du wiederbelebst ihn! Ich bewache! Den Heli hab' ich runtergeschossen! Oh, da ist einer auf dem Fallschirm raufgesprungen! Gucken! Wo denn? Weiter hinten! Äh, vor dir! Rechts! Ich kann hier nichts mehr groß machen! Ich bin stabil! Ich müsste einen Verbandkasten, einen Verbandkasten, den beiden wir da drin haben! Ja! Ja, siehste! Schnapp dir den und reihe mich! Ich hab' 13.500 auf der Kralle! Du lootest ja doch hier immer die Leute! Klar! Was denkst du denn? Seh zu, dass du mich fit machst hier! Komm, 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 komm! Ja, du musst aufstehen! Hände an die Maus! Ich glaube nicht! Wir haben nur ein Problem! Wann? Und zwar... Wir haben kein Problem! Wir haben nur... Wir haben kein zweites Fahrzeug! Sicher denn? Denn was er hat da hinten, oder? Ist kaputt! Was ist der von... Ich kann ja reparieren! Graue Fahrzeug kannst dir reparieren! Die Waffe will ich nicht! Hat er noch ne Rakete irgendwo! Okay, äh... Ich... Ich... Warte mal! Ist okay, dass wenn ich jetzt essen gehe, dass ich den Panzer dabei verstecke? Oder wollt ihr allein weiterfahren? Wir machen dann weiter! Dann kannst du dich ja... Okay, warte! Wo du's hier im Gebüsch ist, der Panzer, ne? Ja, dann fahr doch nicht weg! Wir laufen ja hinter dir her! Äh... Passt auf, ne? Ich geh jetzt essen und stell mich dabei hier in Schilf, ne? Also fahr jetzt nicht durch Schilf! Ich bin Fahrer, ne? Meine Ding! Wir fahren jetzt... Bist du drinnen, Toni? Warte! Am besten... Am besten repariert einer den einen Panzer... Ne, der ist eh leer! Okay, okay dann...